schönen guten abend ihr lieben zum wochenorakel für die kommende woche wir schauen kollektiv was die woche so für themen mitbringt am anschluss kannst du dir noch eine kleine inspiration bei einem auswahlorakel holen und alles was du wissen musst findest du unten in der infobox des videos da sind auch alle links drin zu sämtlichen sachen die ich so mache und hier oben blende ich euch wie immer die sachen ein die ihr vielleicht verpasst habt zu gucken ok die erste karte ist rausgefallen das ist schon mal sehr deutlich hier geht es um berufliche sachen berufliche entscheidungen es geht darum beruflich neue wege zu suchen möglicherweise ist es hier eine sache die du ganz neu kreiert und die relativ kurz handelbar ist es gibt ja verschiedene gangarten verschiedene möglichkeiten verschiedene optionen und genau das scheint sich ja als problem darzustellen oder was heißt problem man weiß vielleicht nicht richtig wie man sich entscheidet vielleicht auch nicht wie man alles auf den weg bringt was so mit dem umfeld und dem beruf zu tun hat das außen spielt mal wieder eine große rolle ja die also die beruflichen sachen die liegen hier in der ersten reihe schon wirklich gigantisch wir haben hier das was du so im kleinen kreiert was dich hier auf einen neuen weg bringt wie gesagt möglicherweise hast du tatsächlich einen anderen weg vor beruflich der spiegelt sich hier mit den sternen der würde dich hier sogar raus aus einer verwicklung bringen die du eventuell schon länger nähert und das kann vielleicht sein dass du dich unsicher fühlst oder dass sie das gelingen so in frage gestellt wird aber das ist hier keine große sache ich sehe das eher so als funken und du nimmst ihn und legst los und das einzigste ding ist halt wie kriegst du das mit deinem umfeld gebacken ja das was hier liegt ist so ein bisschen ein spagat zwischen beruf und familie zwischen beruf und umfeld vielleicht ist auch so ein kleiner ego gang wo du sagst das mache ich jetzt einfach weil ich das so will es kann ja sein dass wir ein paar konflikte wegen unseren entscheidungen treffen aber für uns selbst kriegen für die entscheidung die wir treffen aber für uns selbst liegt es hier sehr aufklärend und auf einem kurzen weg auch also das was man hier kreiert bringt einen langfristig wieder weiter familiäre themen liegen hier es kann auch sein dass sich ein familienmitglied von dir zu einer beruflichen neuorientierung angeregt fühlt möglicherweise auch etwas kreiert oder eine situation kreiert die dann alle so mittragen müssen aber so ist das halt in der family manchmal gefällt einem das nicht was andere entscheiden und es wird trotzdem gemacht und es gestaltet sich ja aber auch tatsächlich gut also für den der die entscheidung trifft er macht es richtig da muss man sich eben manchmal auch im vordergrund stellen an sich gibt es vielleicht familiäre unklarheiten aber mit der wunscherfüllungskarte hier drauf ist es dann am ende wieder was was alle nährt und trägt ja was jetzt sehr interessant ist es kann hier sein wenn du ein gegenüber hast dass das auf deine sachen irgendwie hinderlich wirkt möglicherweise gibt es da so dinge wo dein gegenüber denken das macht macht er oder sie aber jetzt nicht richtig andererseits liegt ja auch diese sachen so mit der vergangenheit grund konfrontiert werden bei dieser entscheidung bei diesem weg der da gegangen werden muss kann auch übrigens durchaus im häuslichen bereich sein also alles was mit der wohnung mit dem haus mit der umgebung zu tun hat die wege die hier gegangen werden die bringen einen kompletten umbruch mit deshalb ist es wahrscheinlich ja auch schwierig sich bewusst zu entscheiden weil man so versucht abzuwägen ja wie kriegt man alles unter einen hut oder wo gibt es irgendwie noch lücken die man übersehen hat am ende ist das ganze ding dann so dass es dir tatsächlich ermöglicht eine gute kommunikation zu haben eine gute möglichkeit gute nachrichten vielleicht ja auch sich was eröffnet was für für jemanden in deinem umfeld auch sehr wichtig ist wo du mit dran beteiligt bist weil einer diesen weg geht also lass dich nicht hindern und es gibt ebenso situationen da muss man sich auch mal durch boxen und da um auf seinem ureigenen weg zu kommen wir haben hier im hause des neubeginns das schiff drin liegen hier geht es schon um expansion um das weiterkommen um unsere wünsche um unsere träume und wie vereinbaren wir das jetzt eben mit dem außen und mit dem drumrum für die entscheidung die hier liegt wirst du für etwas komplett eine veränderung anstreben gleichzeitig auch eine belastende situation verlassen wenn du hier kinder hast die umbrüche machen vielleicht familiär oder auch im arbeitsbereich dann hast du hier mit der korrespondenz die wunscherfüllungskarte irgendwie dabei das hier kann wirklich die woche sein wo ihr auch mit partnern aus der vergangenheit noch mal konfrontiert werdet wohl dinge die dir am herzen liegen hinterfragt werden wo du vielleicht für dich selber auch noch mal gucken kannst wie gehst du mit dieser situation um wo schleicht sich hier irgendwo so eine art langeweile oder also für mich ist das was ich hier sehe so eine art blues den hat man weil der alltag da ist und weil eben das ist was war und möglicherweise hast du hier gute chancen diesen blues zu lösen der dann alle irgendwie ein bisschen mit dem nennens ketten reaktion man darf hier die liebe hinterfragen man darf hier beziehungen hinterfragen und dafür alles verbindliche hinterfragen man darf sich auch fragen wo sind die die dinge die mich innerhalb einer beziehung die sich für mich ungut oder ungesund anfühlen wo lasse ich mich von einem partner hindern oder wo hängt vielleicht auch der partner selber noch zu sehr in der vergangenheit und am ende ist es auch so eine entscheidung die hat was mit emotionaler unabhängigkeit zu tun hier haben wir die finanzen die legen sich hier ins haus der lilien rein wir haben in der spiegelung die sonne die wege und den klee also hier geht es schon auch um das finanzielle fundament mit dass wir hier haben alle verbindlichkeiten im finanziellen bereich mit der sonne sieht es hier sehr gut aus in der spiegelung drin aber vielleicht ja auch wege die uns später bei den finanzen unabhängiger machen die so dieses dranhängen der finanzen an den partner ein bisschen befreiung rein bringt die finanzen an sich sind hier schicksalshaftes thema die liebe liegt hier auf dem schicksalskreuz und natürlich auch hier alle vertraglichkeiten verbindlichkeiten die routen gehen raus das ist schon mal gut im haus der routen liegen die wolken das heißt es klärt sich was konflikt behaftet ist auch innerhalb der woche es können nur kurze dinge sein wo man mal so denkt ich hinterfrage hier vielleicht auch wo werde ich mit hinein gedrängt bei meinen kindern bei meinen partner wo ich eigentlich eine veränderung will und einen anderen weg und hier ist es durchaus auch zu sehen wir haben hier die veränderungen im haus des kreuzes drin wir gucken ins kreuz rein hier ist eine möglichkeit die sehr schnell auch angeschubst wird aus einer beruflichen situation sich zu befreien manchmal macht man da auch dann so dieses ding ich habe jetzt lange genug rum gemacht und ich mache es jetzt einfach man nimmt sich raus aus einer situation sehr zum erstaunen von all den anderen wie kann man denn nur seine sicherheit verlieren wie kann man denn wie kann man denn aber hier geht es sehr stark um unabhängigkeit in diesem blatt und um um kreisläufe die die lange nichts gebracht haben außer lange weile hier sind sehr viele erfahrungen mit an bord aus denen wir schöpfen dürfen wir haben hier so auch schon die intuition dafür was hier passiert oder wir spüren vielleicht schon länger dass wir neue wege gehen wollen damit wir mal wieder was erleben vorankommen und das sehe ich hier eindeutig bei diesem thema auch versorgt sein dieses diesen mut zu haben sich auf eigene beine zu stellen etwas anderes auszuprobieren obwohl man vielleicht im kopf hat ich verlasse gerade einen sicheren hafen hier wird aber auch was berufliches angezeigt das macht ja lange weile das ist ein ausgetretener schuh und ich sehe hier in der spiegelung einfach auch und in der korrespondenz dass es für manchen eine schnelle sache sein kann eine schnelle entscheidung obwohl es vielleicht angedacht gewesen wäre mehr mit einzubeziehen in deinem umfeld stellt sich jetzt halt die frage entweder lasse ich es so oder entscheide ich es hier sind mehrere optionen für dich drin hier unten habe ich für die selbstständigen verträge geld veränderung möglicherweise erlaubt die hier auch dieses kartenblatt für dich persönlich eine veränderung bei den themen zu haben wo du denkst du machst so alleingänge du hast jetzt hier nicht so die unterstützung die du bräuchte sondern du kämpfst dich halt so voran ich sehe hier dass wir sehr viel nachdenken die nächste woche also diese überlegung die entscheidung dieses umbrechen in verschiedenen dingen die auch sich lang als blockade gezeigt haben oder auch ich nenne es jetzt mal nicht blockade sondern entscheidungsunfähigkeit da darf man schon mal alles in die waagschale legen diese dinge an denen man gearbeitet hat auch emotional dann die liebe die beziehung die finanzen es liegt alles sehr nah beieinander und dann noch die einflüsse von der vergangenheit wo irgendwo was herkommen kann wir haben im hause des herzens den bären unter umständen haben wir als weibliche darsteller hier einige vater themen oder dinge die mit dem mit dem urvertrauen mit der eigenen größe an sich zu tun haben beim gegenüber liegt jetzt hier sehr die weibliche haupt quatsch die schlange davor also die dieser weibliche teil es kann uns also schon noch mal auch an dem thema rütteln dass wir kennen oder uns auch etwas aufzeigen so eine situation wo man versteht okay hier hängt es hier kann ich was tun die sonne liegt im haus des briefes drin der brief liegt oben drüber das umfeld die wege wir selber im haus der sicherheit vielleicht werden wir auch noch mal so abgecheckt wie sicher fühle ich mich denn mit dem was ich habe was bin ich bereit in die waagschale zu werfen und wo benötigt einen anderen weg eine veränderung wenn du selbst nicht betroffen bist von diesen triggern der vergangenheit kann es ja auch sein dass du das deinem partner oder deinem gegenüber das passiert und du vielleicht feststellst was da alles noch im argen liegt oder wirkt es kann hier speziell auch an die gehen die kinder aus ersten ehen haben und jetzt andere partner hier kommt möglicherweise auch etwas in bewegung naja wie soll ich das nennen da öffnet sich jemand da sagt dir jemand dinge die die ja nur im geheimen geplant hat oder darüber nachgedacht hat und dadurch entsteht aus einem hindernis wieder eine bewegung also irgendwas kommt damit in fahrt okay dann würde ich sagen wir gucken noch mit dem gesang der vögel und im anschluss könnt ihr hier noch eine kleine botschaft wählen so viel brauchen wir nicht bitte einen der hat sich umgedreht den nehmen wir das ist der eis vogel ich verhelfe dir zu mehr romantik liebe und freiheit fürchte nicht das unbekannte lerne immer wieder neue dinge behalte einen offenen geist und die neuen dinge werden zu dir kommen neu beginne hier ne wunderbar ihr lieben ich drücke euch ich wünsche euch eine schöne woche und bis bald so ihr lieben hier bin ich wieder ich nehme die zwei buddha figuren hier der silberne hier der rot goldene und wir gucken was wir an kleiner inspiration noch mitkriegen für uns persönlich weiter ich habe es gleich hier liegen gut dann lassen wir es mal so stehen such dir eine seite aus ich kann mich wieder mal schlecht entscheiden ich würde den silbernen nehmen okay der beifuß hier geht es um das vertrauen von den träumen und den eingebungen die sprache der seele die verbindung zur anderen welt und dein altes wissen vermittelt die hier neue perspektiven also achte mal in der woche auf deine träume im prinzip haben wir das auch unten um uns herum liegen gehabt im großen blatt diese intuition wir haben hier für uns den engel der familien hier geht es um familiäre veränderungen auch das hatten wir im großen blatt also hier wird sich etwas positives neu generieren triff eine entscheidung hier geht es um die woche der entscheidungen der wege die man sucht und wenn man unentschlossen ist hier wirklich noch mal die intuition befragen wobei ich glaube so wie sich das zeigt wird es eher eine situation sein wo man sagt hier ist stopp jetzt die selbstliebe die kritik an einem selbst was ist mir was wert könnte zum thema werden ist es ich glaube dass es auch so eine ego in entscheidung ist dass man versucht alle mit einzubeziehen und daneben wieder merkt dann kommt man selber zu kurz oder kann es nicht allen recht machen und hier kommt der richtige platz also es wird sich zeigen wo der platz ist an dem du deine nächsten schritte macht dann habt ihr die weide hier geht es darum dass du ein bisschen geführt wird durch eine zeit die vielleicht nicht so ganz einfach für dich ist die weide hat hier den vorteil dass die zweige biegsam sind und nicht abbrechen und ja du einfach gewogen die dinge angehen kannst ja ohne zu brechen die natur könnte für dich wichtig sein in der nächsten woche also erde dich oder geh mal raus auch die ruhe also komm runter entspannen dich genieß deine zeit verwöhne dich da haben wir ja auch immer so ein schlechtes gewissen oft damit verbunden nicht zu funktionieren und 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 ja das doppelt sich nimmt ihr zeit für dich selbst und ruhe also es scheint wohl so zu sein dass es vielleicht durch eine schwierige zeit gerade ging und du hier aufgefordert bist wirklich auch für dich zu sorgen die auszeit zu gönnen und am ende daran auch festzuhalten was dir dir was du dir vorgenommen hast denn lohnt es sich für dich ok habt eine schöne woche ich drücke euch bis bald